Hi ihr Lieben, wir sind es, George und Linda und wir sind Sänger und Musiker seit sehr langer Zeit. Wir betreiben die Scream Factory und das ist eine Gesangsschule, die haben wir 1993 gegründet und sind Coaches und Sänger natürlich, wir haben Live-Konzerte und eigene Bands und so weiter. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen in diesen chaotischen Zeiten etwas Kreatives für euch. Und zwar machen wir ein Minuter Videos, in denen wir unsere Leidenschaft, also unsere Tätigkeiten, unsere Musik, unsere Gesangstechniken darstellen und das stellen wir ins Netz für euch. Und ihr könnt dazu aber Fragen stellen, das heißt ihr könnt natürlich auch fragen, was wäre denn mit dem Thema oder mit dem Thema, es kann auch aus dem Leben was sein, wie kommt es, dass ihr schon so lange zusammen seid und euch noch nicht erschlagen habt. Sorry, aber das kommt noch genau. Ja, also solche Sachen, also alles was ihr wollt, wir sind da ziemlich befreit. So, das beginnen wir jetzt die nächsten Tage und dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dazu was sagt oder wenn ihr reagiert, ganz einfach. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und be nice to each other. Ciao.